Wer uns schon etwas längere Zeit guckt, weiß, wir stehen total auf Spielzeug. Alle Neuerungen, die es so gibt, zeigen wir. Und eine tolle Neuerung habe ich beim Willi Schüller gesehen. Ein, man könnte sagen, eine fahrende Kabeltrommel. Ja, ein Einrad. Elektronisch angetrieben, ein Einrad, Solo-Wheel und der Willi hat uns mal gezeigt, was man damit machen kann. Willi, wir haben eben gesagt, Spielzeug ist es ja nicht nur, gell? Ja, heimischer, schön, dass du mal wieder bei uns am Kreisel bist, bei traumhaften Frühlingswetter heute. Und in der Tat, wir haben mal wieder ein neues Spielzeug. Vielleicht kann man es hier sehen, was aussieht wie eine fahrbare Kabeltrommel, ist in Wirklichkeit ein absolutes Hightech-Gerät und zwar ein elektrisch betriebenes Einrad. Nachdem wir unsere Segways vor drei Wochen aus dem Winterschlaf geweckt haben und die wieder fleißig unterwegs sind hier, haben wir von unserem letzten Messebesuch dieses super, super geniale Teil mitgebracht. Es ist ein Einrad, wie der Segway zu bedienen, durch intuitive Körpergewichtsverlagerung und macht einen riesen Spaß. Und ich kann nur jedem empfehlen, der es mal ausprobieren möchte, Helme haben wir hier, Platz haben wir auch genug, schönes Wetter bestellen wir vorher. Kommt vorbei hier in Rehns am Kreisel und probiert es einfach aus. Wie schnell fahren die Teile? Die können bis zu 18 Stundenkilometer schnell fahren und lassen sich sehr, sehr gut balancieren. Fairerweise gesagt, eine halbe Stunde Eingewöhnungszeit sollte man einplanen. So ganz so einfach ist es nicht. Frag mich nicht, wie ich es hinkriege. Es klappt irgendwie. Ja, vielen Dank. Sehr gerne. Vielen Dank für deinen Besuch. Bis bald.